Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Electric War. Ihr seht schon, Borderlands 2 ist am Start und im Titel haben die Aufmerksamkeit von euch wahrscheinlich schon gelesen. Ja, es gibt ein Easter Egg und zwar ein Minecraft Easter Egg. Das wollen wir beide euch zeigen. Mit dabei habe ich hier den Fatblog Team aka Fabian. Ja, hallo. Und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ihr müsst nach Caustic Coverns, da oben seht ihr es, meine Aussprache ist nicht so gut. Dorthin müsst ihr reisen, allerdings geht das erst nachdem Sanctuary abgehoben ist, spielt einfach die Story, dann wisst ihr es. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Zeitraffer an und zeigen euch den Weg dahin. Vielen Dank. Ja Leute, ihr habt den Weg gesehen, da hinten das Tor, das ist am Anfang noch zu, wenn man hier nichts gemacht hat, dazu muss man einfach eine kleine Mission hier anfangen, indem man diese Lore, die da hinten steht, nach da hinten schiebt, dann geht das Tor auf, aber wir hatten gerade einen kleinen Bug, bei ihm war das Tor zu, bei mir war ein bisschen behindert, auf jeden Fall, Fabi, gehen wir mal jetzt nicht im Menü rum, lass mal weiter gehen, und zwar, man läuft hier einfach weiter, diesen unscheinbaren Weg, denkt da vorne ist zu, und dann schlägt man hier rechts einfach den Weg ein, springt hier rüber, und da hinten, okay, das Minecraft Easter Egg existiert wirklich, sind Blöcke aus Minecraft, und die muss man zertrümmern, kann man nicht zerschießen, zwei Schläge pro Sandblock, äh, pro Erdblock, auf jeden Fall eine geile Sache, Fabi, komm mal, sonst verpasst du alles, schon unterwegs, warte, wo geht's lang, hier hinten, wa, ähm, auf jeden Fall auch schon dicke Waffen am Start, klar, später gibt's noch dicke, aber für unser Level haben wir schon recht nice Waffen, muss man sagen, das ist dicke Kacke mit dem Sand, wa, äh, mit der Erde, äh, hua, oh, jetzt kommt noch was, nein, jetzt kommt Stein, egal, warte, ich werfe Granate, oh, macht nicht mal Schaden, man, oh, jetzt kommt noch was, oh, da kommt ein Creeper, ha, saftig, warte, geh du vor, ich häng fest, äh, ich auch, deswegen, man kann noch nicht durchgehen, wir müssen die andere Seite noch zertrümmern, und drinnen sind wir, oh, da gibt's Gold, ein Creeper, kriegt ein Headshot mit meiner Säureknarre, oh, oh, warte, ich hab grad eine Minecraft-Anpassung gefunden, ich glaub, das ist jetzt dieser, dieser Skin für den Kopf, den kann man sich reinmachen, dann hat man so ein Minecraft-Kopf, wow, dicke Kacke, ha, ha, neiiin, nein, wir werden verrecken, ha, ey, das ist ein dicker Creeper, man, ja, ich lebe, ha, ha, alter, okay, die machen uns noch saftig Schaden, wenn die explodieren, wir sind dann auch nicht so hohes Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zuschauen, bewertet wenn es euch gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat, guckt mal beim Fatblog Channel vorbei, den verlinke ich unten in der Beschreibung und bei Electric Tactics, der macht glaube ich ein Borderlands 2 Let's Play oder hinten geht es noch weiter. Ansonsten Leute, haut da rein und viel Spaß beim selber entdecken und checkt meinen Channel aus, lasst mir vielleicht ein Abo da, dem Fatblog Team vielleicht auch und haut da rein, ja hier ist nichts. Ach ich muss halt furzen.